Öffentlichkeit, was ist das eigentlich? Was soll der Begriff besagen? Als Beiwort kommt öffentlich in anderen Zusammenhängen vor. Ich habe mir ein paar notiert, etwa öffentliche Arbeiten, öffentliche Finanzwirtschaft, öffentliche Hand, öffentlicher Dienst, öffentliche Unternehmung. Und da ist jedenfalls allemal klar, was gemeint ist. Für Öffentlichkeit steht da der Staat oder es steht eine Gemeinde. Wer ein öffentliches Verkehrsmittel benutzt, weiß, wer es betreibt. Und er weiß auch, dass es zum Nutzen der Allgemeinheit dient. Aber die Öffentlichkeit oder die öffentliche Meinung, diese Begriffe meinen nun gerade nicht den Staat, nicht die Regierung, nicht Herrschaft, welcher Art immer. Aber was meinen sie? Die Allgemeinheit? Die allgemeine Meinung? Das Volk? Die Schwierigkeiten einer Definition des Begriffes Öffentlichkeit machen ihn gleichmal zu einem Gegenstand, über den man sich auseinandersetzen kann. Selbst dann noch, wenn man von wichtigen gemeinsamen Grundansichten und Grunderfahrungen ausgeht. Eine solche Auseinandersetzung wird umso anregender und gründlicher, je größer die Kompetenz der Partner ist. Und die kann nun eigentlich nicht größer sein als hier in unserem Falle für diese Diskussion. Ich stelle Ihnen vor, Prof. Dr. Theodor W. Adorno, Ordinarius für Philosophie und Soziologie an der Universität in Frankfurt und Prof. Dr. Arnold Gehlen, Ordinarius für Soziologie an der Technischen Hochschule in Aachen. Und ich darf bemerken, beide sind zugleich der Philosophie und der Soziologie verschrieben. Es gibt einen Satz von Nietzsche, wenn ich mich recht erinnere, sagt er ungefähr, dass bei historischen Begriffen eine exakte Definition der Wortbedeutung nicht möglich sei. Nun, das würde ich für den Begriff der Öffentlichkeit in besonderem Maß in Anspruch nehmen. Und ich meine, wir sollten uns von vornherein vor dem Fallstrick hüten, uns auf so eine Verbaldefinition festzulegen, bei der man nun von vornherein ins Getränke kommt. Öffentlichkeit in dem prägnanten Sinn, Öffentlichkeit als Kategorie, Öffentlichkeit als, man konnte fast sagen, eine bestimmende Form des gesellschaftlichen Bewusstseins, ist ein Begriff, der wesentlich polemischen Sinnes ist und der nur aus seinem polemischen Stellenwert ganz entstanden ist. Das will nicht sagen, dass es nicht immer schon so etwas gegeben hätte, aber er ist zum ersten Mal ja formuliert worden von dem englischen Philosophen und Staatstheoretiker John Locke und zwar in offensichtlichem Gegensatz zu der geheimen Kabinettsdiplomatie des Absolutismus, gegen den Locke sich gewendet hat. Also wenn ich sage, Öffentlichkeit in diesem prägnanten Sinn ist ein polemischer Begriff, so soll das so viel heißen, wie dass er eigentlich eine Forderung ist und gar nicht ein Ding. Nämlich die Forderung, dass das öffentlich werde, was von allgemeinem Interesse und von allgemeiner Wichtigkeit für diejenigen Menschen und Menschengruppen ist, die es betrifft, das aber vorher nicht ebenso öffentlich war. Davon, also wenn ich es so nennen darf, von einem solchen Funktionsbegriff der Öffentlichkeit als einem zwischen den Tatsachen und den lebendigen Menschen herzustellenden Verhältnis, davon würde ich jedenfalls zunächst einmal ausgehen, wenn wir uns näher dessen versichern wollen, was es mit der Öffentlichkeit verändert. Herr Professor Gehlen, Herr Adorno, ich gebe Ihnen zu, dass man von Öffentlichkeit vielleicht nicht in der Absicht einer Definition reden kann. Nicht ganz so sicher bin ich in der Zustimmung bei Ihrer These, dass Öffentlichkeit immer ein polemischer Begriff ist. Wenn wir in der Kulturgeschichte zurücksehen, da finden wir, glaube ich, doch als ein immer wieder erscheinendes, offenbar mit der Verfassung des Menschen zusammenhängendes Phänomen, dieses, dass aus bestimmten, zwar sind es typische Anlässe, dass aus bestimmten Anlässen heraus sich so etwas wie Öffentlichkeit herstellt. Die Menschen sind nun einmal Wesen, die sich gegenseitig im Auge behalten und es kommt vor, dass es eine zentrierte Teilnahme aller an derselben Sache gibt. Aller. Und dann ist doch Öffentlichkeit gegeben. Und beispielsweise also, wenn Feste gefeiert werden oder auf dem Markt oder beim Auftreten, durchaus auch, ja, da wird es politisch beim Auftreten der Macht oder bei Neuigkeiten, die sich herumsprechen oder der Herold sagt sie. Das sind alles lange zurückliegende Zeiten, aber sie haben doch so ähnlich wie die unmittelbare Demokratie, nicht wahr, haben sie das Verdienst, uns irgendwie einen Start zu geben in den Vergleich hinein, nicht? Und in dem Sinne wollte ich das mal erwähnt haben, auch Kirche, das ist Öffentlichkeit, Gericht ist Öffentlichkeit. Also Wesen, in deren Natur es liegt, gelegentlich nicht mal gemeinsam an derselben Sache teilzunehmen und sich dabei sehend zu treffen, ansehen, hängt da auch drin. Das ist Öffentlichkeit in einem, glaube ich, unpolemischen und primitiven Sinn. Ja, ich würde das gar nicht in Abrede stellen, aber ich meine, es gibt doch einen Unterschied, den man festhalten muss zwischen, wenn ich es einmal eine Sekunde lang in hegelscher Sprache ausdrücken darf, zwischen Öffentlichkeit an sich und Öffentlichkeit an und für sich. Also einer Öffentlichkeit, die sich als solcher selbstbewusst ist und die auf ihren eigenen Begriff reflektiert. Und das Letztere, das natürlich diese Momente, von denen Sie sprechen, in sich enthält, das scheint mir eben doch etwas ein spezifisch modernes Phänomen zu sein. Mit anderen Worten, also ich glaube schon, dass Öffentlichkeit in diesem Sinn ein spezifisch demokratischer Begriff ist, und zwar, und das ist doch kein Zufall, dass er genau an der Stelle auftritt, wo es so etwas wie unmittelbare Demokratie, also Face-to-Face-Relationships, nicht mehr gibt. Es ist kein Zufall, dass die Konzeption der Öffentlichkeit in ihrer ersten Zeit, eben in der Phase von Locke, also in der Zeit der englischen Revolution, ja sich verbindet mit dem ersten Auftreten einer Presse, und das also mit Namen wie denen der ersten großen Journalisten, wie dem von Daniel Defoe, sich der Begriff der Öffentlichkeit dann auch wirklich so nachdrücklich verbunden hat. Ich glaube, dass das deshalb wichtig ist. Ich insistiere darauf, nicht aus Pädanterie und um auf solche begrifflichen Unterschiede einen übermäßigen Wert zu legen, sondern ich halte das deshalb für wichtig für die Sache, weil das, was an dem Begriff der Öffentlichkeit so merkwürdig ist, nämlich dass dieser Begriff, der, wie ich es nannte, funktionell ist, der sich also auf ein Verhältnis zwischen den Tatsachen und dem Bewusstsein der Menschen bezieht, dass sich der verselbstständigt und vergegenständigt hat, zu einer eigenen Macht, zu einer Sondersphäre geworden ist, was einfach genau damit zusammenhängt, dass es nicht mehr diese Sphäre der Unmittelbarkeit, der primären Gemeinschaft ist, sondern eine, in der also die Menschen, wie man heute so schon sagt, einander entfremdet sind und in der dann die Öffentlichkeit auch selber ja eigentlich zu dem Gegenteil von dem wird, was sie eigentlich sein soll, nämlich zu einer verdinglichten Form gerade dessen, was seinem Wesen nach nicht dinglich, sondern ein Verhältnis zwischen lebendigen Menschen. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Wenn man also schon nicht definieren kann, was Öffentlichkeit ist, kann man wenigstens beschreiben, welcher Vorgang da sich entwickelt, welcher Prozess spielt? Das würde ich, ja, das würde ich so versuchen. Ich kann nämlich mit Herrn Adorno weitgehend mit. So wie es eine repräsentative Demokratie gibt, eine vermittelte, wenn die Gesellschaften sehr groß werden, nicht wahr? So gibt es auch eine vermittelte Öffentlichkeit. Und auch der Begriff ist gerade von Locke konzipiert worden, der vermittelte Demokratie ist. Ja, gibt es eine vermittelte Öffentlichkeit, sobald die Leute sich nicht mehr im Auge haben. Und so gibt es nun eine, in neuster Zeit, nicht wahr, eine technisch vermittelte Teilnahme aller, oder angeblich aller, oder sehr vieler, an denselben Inhalten, die jetzt technisch an sie herangetragen werden. Nicht nur selbstverständlich, dass ich damit auf die Massenmedien, sogenannten Massenmedien anspiele. Herr Adorno, da habe ich gehört, den Begriff Presse als Medium der Öffentlichkeit. Würden Sie das in diesem Sinn akzeptieren? Ich glaube, das ist ganz brauchbar. Das würde ich in dem Sinn durchaus akzeptieren. Also, wenn ich auf die Frage von Herrn Böttcher noch einmal gerade versuchen darf, zu antworten, damit wir alle so einigermaßen wirklich wissen, wovon die Rede ist, und das ist gerade bei dem Begriff der Öffentlichkeit bekanntlich nun sehr schwer, so würde ich sagen, dass in einer Demokratie, in der also erwartet wird, dass das ganze Volk durch selbstständiges, autonomes Bewusstsein zur Willensbildung befähigt ist. Die Voraussetzung dafür ist, dass es auch die Kenntnis der Tatsachen, der Vorgänge hat, über die es seine Entscheidungen an der Wahlurne zu treffen hat. Und die Öffentlichkeit würde demgemäß nichts anderes sein, als der Inbegriff alles dessen, was dem autonomen Volk eben die Tatsachen, die für sein Leben und seine politische Bestimmung von vitalem Interesse ist, ihnen übermittelt, weil anders so etwas wie die Voraussetzung der Demokratie nicht erfüllt werden kann. Aber indem nun das nicht mehr unmittelbar ist, sondern solcher Medien, solcher Vermittlungsinstanzen bedarf, liegt darin bereits die Tendenz jener Verselbstständigung der Sphäre der Öffentlichkeit gegenüber den Menschen, die sie eigentlich gilt, die schon allein durch das Substantiv die Öffentlichkeit angezeigt wird und dem Verhältnis zwischen dieser gegenständlich gewordenen Öffentlichkeit als Medium und der Öffentlichkeit als einem Funktionsbegriff zwischen den Menschen und den Sachen, die sie was angehen, das ist eigentlich das Thema der Geschichte der Öffentlichkeit oder, wenn Sie so wollen, auch der Verfallsgeschichte der Öffentlichkeit. Ich glaube schon, dass es richtig ist zu sagen, eine Verselbstständigung oder wie sagten Sie, eine Hypostalierung Verdinglichung. An der Stelle wird mir also nun unheimlich. Wenn man die Sachen ganz nüchtern ansieht, könnte man ja den Standpunkt vertreten, es gibt die vielen Menschen und jeweils wechselnde Teile davon sind Auditorien dieser Massenmedien, der Presse, des Fernsehens, des Rundfunks. Gelegentlich kriegen Sie alle dasselbe zu hören und in vielen Fällen gar nicht, außerdem wechseln die Bestände derer, die zuhören oder zusehen, die wechseln auch laufend. Das wäre eine recht nüchterne Sache, wenn man das dann mit dem Begriff die Öffentlichkeit fiktiv idealisierte. Wir verlieren übrigens dann auch den Kontakt mit der ganz interessanten Umfrageforschung, die uns ja da gelegentlich belehrt, was wirklich oder wie wenig wirklich in der sogenannten Öffentlichkeit ankommt. Da taucht nämlich eine Frage für mich auf. Sie sprechen von den Auditorien. Wissen Sie, es ist ja so, die Auditorien werden ja doch immer nur besucht von Leuten, die sich für das interessieren, was da angeboten wird. Das heißt also, diejenigen, die den Auditorien etwas bieten, müssen ja im Grunde genommen untergründig wissen, was etwa das Auditorium abnimmt oder annimmt. Ja, bin ich gar nicht sicher. Ich habe mich dabei beobachtet, dass ich zu beliebigen Zeiten das Fernsehen andrehe und warte, was nun kommt. Ja, aber wenn es Ihnen absolut missfällt, stellen Sie es ja auch ab. Ja, natürlich. Es muss ja in irgendeiner Weise muss Ihr Interesse geweckt werden. Sie müssen in irgendeiner Weise dabei sein wollen. Insofern würde ich sagen, können die Massenmedien oder sind die Massenmedien in der Auswirkung ihrer Macht in gewisser Weise begrenzt. Ah ja, jetzt wollen Sie darauf hinaus, dass diese fiktive Öffentlichkeit Interessen hätte. Was sagen Sie dazu, Herr Adorno? Ja, also ich glaube, dass man das auch selber oder dass jedenfalls wir als Soziologen die Verpflichtung hätten, das zu tun, dass man das auch selber ableiten kann. Dadurch nämlich, das, was wir uns vorhin geeinigt haben, Medien der Öffentlichkeit zu nennen und was so wenig an sich die Öffentlichkeit ist, wie die Menschen, die damit beliefert werden, denn, wie wir sagten, es ist ja eigentlich ein Funktionsbegriff und kein dinghaft festzunagelnder Begriff. Diese Institutionen verfolgen nun natürlich innerhalb des Lebensprozesses der Gesellschaft auch ihre und zwar ganz konkreten materiellen Interessen. Sie müssen also darauf ausgehen, Profit zu machen, so wie es ganz ehrlich etwa noch im modernen amerikanischen Journalismus ausgedrückt wird in dem Ausdruck News Value, das heißt, dass eine Zeitschrift eben nur das druckt prinzipiell, was Tauschwert hat als Nachricht, das heißt, was in dem Blatt verkäuflich ist, was die Leute gerne haben. Nun, das heißt nicht, was sie inhaltlich gerne haben, sondern was für sie den Wert hat, dass sie gerne was davon wissen. Das ist ein großer Unterschied. Das kann unter Umständen sein, dass die größten Schreckensnachrichten, die die Menschen mit Untergang bedrohen, einen ungeheuren News Value haben und von ihnen konsumiert. Nun, dadurch, dass diese Institutionen, also ihre Interessen verselbstständigen, und zwar ihre eigenen Interessen, was aber dadurch, dass sie ja auch innerhalb dieses Gesamtprozesses der bürgerlichen Gesellschaft stehen, ganz unvermeidlich ist, dadurch wird nun die Öffentlichkeit ja zu einer Art von Institution und hört das auf zu sein, als was wir sie ursprünglich bestimmt haben. Sie wird also, wenn man so sagen darf, zu dem Produzenten von Informationen und unter Umständen auch von Interpretationen dieser Informationen als wahrer. Und nun mit dieser Vergegenständlichung hängt das merkwürdige Phänomen zusammen, das es so sehr schwer macht, den Begriff der Öffentlichkeit prägnant in den Griff zu bekommen, dass nun der Begriff der Öffentlichkeit an diese Institutionen übergeht, dass also etwa das naive Bewusstsein dazu tendiert, zu sagen, die öffentliche Meinung, und das ist das, was in der Zeitung steht. Was in der Zeitung steht, das ist die Presse. Und das ist das Phänomen, also das ich mit der Verdinglichung des Begriffs der Öffentlichkeit meine, dass auf der einen Seite die Öffentlichkeit, also dingfest gemacht wird, aber dass sie auf der anderen Seite, dadurch, dass nun gar nicht mehr die Rede davon ist, wie sie zu den Menschen steht, denen sie gilt, und das vor allem von ihrem Zweck, die Menschen zu einem selbstständigen Urteil zu verhelfen, nicht mehr die Rede ist, nun der Begriff der Öffentlichkeit zwar nach der Seite derer, die sie machen, sehr bestimmt wird, nach der Seite ihrer Wirkung hin aber nun ganz vagt und ganz unbestimmt wird. Und das ist das merkwürdige Schicksal, das diesen Begriff der Öffentlichkeit so verstrickt, dass man eigentlich immer in die größten Schwierigkeiten gerät, wenn man versucht, einmal dahinter zu kommen, was es damit für eine Sache, für eine Bewandte ist. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Adorno, dann haben wir also eine wahre Stufenrakete von Fiktionen vor uns. Da ist also erstens mal dieser selbst schon fiktive Begriff Öffentlichkeit, da werden also diese Idealen öffentlich, also eine Art Bewusstsein überhaupt, nicht? Ich würde gar nicht sagen, dass der fiktiv ist, sondern es ist eine Idee, die also mit der politischen Idee der Demokratie zusammenhängt, etwas, was verwirklicht werden soll. Nicht die Beschreibung einer Tatsache, sondern die Beschreibung einer zu erfüllenden Funktion. So würde ich das nächste Mal fassen. Die aber, und das würde ich Ihnen zugeben, Herr Gehlen, die in Wirklichkeit in der Gesellschaft, wie sie geschichtlich gewesen ist, rein niemals erfüllt gewesen ist. Ja, ja, ja. Gut, dann erlauben Sie mir, das, was man nicht nachweisen kann, im strengen Sinn hat es eigentlich für Öffentlichkeit nicht gegeben. Ja, ja, da will ich mal also für meinen Zweck das, was man nicht nachweisen kann, eine Fiktion nennen. Das wäre die erste Stufe, die Trägerstufe, nicht? Und dann kommen, dass dieser idealen Öffentlichkeit Interessen zugeschrieben werden und dann war aber, Herr Adorno noch... Dadurch, dass sie eben nicht mehr diese Ideale ist, sondern übergeht an die Medien, die sie besorgen sollen. Ja, genau. Das ist die dritte Stufe, nicht wahr? Da werden dann die Klasseninteressen, der Newsman, nicht wahr, werden dann mit den Interessen dieser Öffentlichkeit identifiziert, nicht? Dazu kommt es, wobei es sogar weitgehend gar nicht einmal mehr die Klasseninteressen der einzelnen Newsman sind, sondern wie das mit all diesen sogenannten Massenmedien vor allem in unserer Zeit ist, die einzelnen Menschen werden zwar nicht ganz, aber in einem sehr hohen Maß Funktionen ihrer eigenen Apparatur, das heißt, was dann ein Journalist unter dem Titel News Value in seine Zeitung bringt, wird möglicherweise von seinem eigenen Urteil über die Relevanz der Fakten ganz weit variieren. Ob man diese Stufenrakete dann noch irgendwie unterlaufen kann, das ist die nächste Frage. Das ist die nächste Frage und ist im Grunde eine Perifere, weil es nur was aushandelt. Also ich möchte doch etwas einwenden gegen das, was hier erörtert worden ist. Ich würde sagen, die Presse oder wenn nicht besser sagt man vielleicht die Verleger, sind sicher diese Leute, die das Profitinteresse an den Massenmedien vertreten. Von den Publizisten würde ich das also doch mindestens nur mit Einschränkungen für gültig halten. Denn der Publizist ist an dem Profit möglicherweise viel weniger interessiert als daran an seinem eigenen Prestige, an seinem Namen, an der Tatsache, dass sich die Vertretung öffentlicher Interessen mit seinem Namen verbindet und er auf diese Art und Weise die Zustimmung der Öffentlichkeit. Ich meine, wir wären die Ersten, die alle diese subjektiven Modifikationen und Abweichungen zu akzeptieren würden, aber wir sprechen ja nun wirklich, und ich glaube, das muss man unserer Profession zugutehalten, Herr Gehlen, wir sprechen ja dabei wirklich viel mehr von der objektiven Struktur, der Meinung, der öffentlichen Meinung und der Öffentlichkeit als Institution, als von den sehr differenzierten und verzweigten Gestalten, die sie dabei im Einzelnen annimmt und die doch ein bisschen schon sekundärer Phänomene gegenüber dieser Kunststruktur sind. Nun könnte man vielleicht, nachdem wir uns ungefähr ohne Definition das war eine große Kunststärke, etwas zu definieren ohne zu definieren. Nachdem wir uns ungefähr über die Sache selbstverständigt haben, könnte man jetzt vielleicht zu dem Gegenbegriff übergehen, was ist denn das Nichtöffentliche oder Private oder Geheime oder wie ist das? Herr Adorno, ich gebe Ihnen vollkommen zu, das sagte schon der alte Roscher, Öffentlichkeit ist ein Prinzip der Demokratie, er füchte übrigens hinzu, Geheimnis ist das Prinzip der Aristokratie. Das kann man, das kann man, ist vielleicht sogar richtig, ja. Das kann man wohl im Wesentlichen sagen. Ja, nun könnten wir ja mal fragen, nachdem wir einen ungeheuren, einen ungeheuren Beleuchtungseffekt der Öffentlichkeit und der Medien der Öffentlichkeit heute haben, könnte man vielleicht mal fragen, wie modifiziert, wie verändert sich denn nun dieser Vorbehalt? Herr Gehlen, gerade in diesem Zusammenhang, wenn man sich die Literatur aus der Spätzeit der feudalen Gesellschaft, also aus dem späten Absolutismus in Frankreich ansieht, dann spielt gerade der Begriff des Geheimnisses, der Intrige, große Rolle, eine ungeheure Rolle, also wenn man die Lieson der Röse etwa liest, heute wieder, von der Caudet oder de la Clou, dann ist das eine, das sind das ununterbrochene Geheimnisse und man kann sich überhaupt kaum mehr vorstellen, dass die Menschen ihre ganze Zeit nur mit all diesen geheimen Geschichten zugebracht haben. Ja, ich würde nun zu dieser Frage des Öffentlichen und Nicht-Öffentlichen, wenn Sie es gestatten, er wird ja auch doch etwas grundsätzlich Soziologisches gerne sagen. Ja, natürlich. Nämlich, die Gesellschaft ist ja doch so, in der wir leben, dass ein gewisser Gegensatz zwischen den Interessen der einzelnen Menschen, ihren unmittelbaren Interessen und dem Interesse der Gesamtheit fortbesteht. Ich glaube, dass eine Harmonie zwischen den Interessen der einzelnen Individuen und der Gesamtheit der Gesellschaft bestünde, kann wirklich nicht gesagt werden. Frage, ob sie wünschbar wäre. Das ist noch eine andere und eine äußerst ernste Frage. Aber jedenfalls, es gibt einen Antagonismus. Und da nun aber gleichzeitig unsere Gesellschaft formal die Forderung der absoluten Öffentlichkeit als eine Voraussetzung ihrer gesellschaftlichen Verfassung hat, so ergibt sich daraus ständig der Widerspruch, dass zwar auf der einen Seite Demokratie Öffentlichkeit fordert, andererseits aber dadurch, dass die Identität des Privatinteresses und des Allgemeininteresses in der Welt, in der wir leben, nicht verwirklicht ist, die absolute Öffentlichkeit zugleich auch zu einem Unrecht an dem Einzelnen zu werden tendiert. Also die Öffentlichkeit hat dann diese fatale Tendenz, Ich möchte sagen, in einer etwas perversen Weise, sich gerade dessen zu bemächtigen, was eigentlich nicht öffentlich sein sollte und da aufzuhören, wo eigentlich Öffentlichkeit sein müsste. Also auf der einen Seite werden, um einmal darauf konkret einzugehen, gesellschaftliche, prinzipielle Fragen in der Publizität von heute, prinzipiell privatisiert, also bei Wahlen etwa so dargestellt, als ob es Fragen von der Form, wer ist der beste Mann wären. Bei irgendwelchen Berichten aus politischen Hauptstädten, was für einen Charakter der Parteiführer sowieso und der Parteiführer sowieso hat, der Charakter mag in seine Entscheidungen eingehen, aber sie sind ja weitgehend objektiv vorgezeichnet. Es wird jedenfalls also das, was wirklich öffentlich ist, das heißt, was nur im Sinn der zu verfolgenden objektiven Interessen zu verstehen wäre, durch eine Art von Schleier der Privatisierung präsentiert, weil nur, wenn die Weltgeschichte so aussieht, als ob sie von der Prinzessin Margaret und der Prinzessin Soraya abhinge, nur dann hat es die berühmten News Values. Auf der anderen Seite aber wird das, was nun wirklich Schutz verdiente, nämlich die Privatsphäre der einzelnen Menschen, die einstweilen und vielleicht überhaupt mit dem öffentlichen und gesellschaftlichen Wesen unvereinbar ist, das wird ununterbrochen in die Publizität erhoben und herumgerissen. Ich möchte darin so weit gehen, um auf eine Sphäre mich zu beziehen, die dafür sehr entscheidend ist, dass das Privatleben einer Frau selbst dann Schutz vor der Öffentlichkeit verdient, wenn es um der Öffentlichkeit ist. Ja, würde ich also durchaus zustimmen, Herr Adorno, das finde ich eine gute Formel. Das führt uns also auf die erste These als Gegenbegriff gegen eine solche, nun aus naheliegenden Gründen ungeheuer intensiver, neugieriger Öffentlichkeitsarbeit. Als Gegenbegriff haben wir erstens das Private, das, was wir also als Vorbehalt wünschen, wo niemand reinsehen sollte, Intimsphäre sagt man auch, nicht? Das ist selber schon ein Ausdruck aus der Sphäre. Ja, genau, ich meine, Intimsphäre ist das, wo von allen reden. Wo von allen reden, genau. In der Intimsphäre steckt das Schlüffeln in Sie schon drin. Das ist schon mitzumachen. Das haben wir jetzt also im sozusagen echten Sinne. Jedenfalls das, was geschützt werden soll von dem Tiny Tom, haben Sie davon gelesen? Tiny Tom hört mit, der winzige Tom, nicht wahr? Sender in Erbsengröße, Sender, also nicht mehr der große Bruder sieht dich. nicht wahr? Sondern Tiny Tom hört zu. Nicht wahr? Das legt man einem irgendwie also in Privatraum nicht wahr und schon wird der publiziert. Schön. Das ist die eine Seite. Nun gibt es aber noch eine sehr wichtige andere, wo mir, glaube ich, die Zeittendenz schief zu liegen scheint. Ich möchte doch sagen, es gibt ein legitimes Interesse jeder Institution, jeder Einrichtung, die etwas hinstellen will, die etwas fertig bringen will. ein Interesse eines, ja, eines Geheimhaltungsvorbehaltes über ihre zentralen Anliegen. Ja, da würde ich nun wirklich ganz einfach sagen, das hängt doch wohl von der Struktur der Gesamtgesellschaft ab. In einer Gesellschaft, Sagen wir mal heute. Heute. In einer Gesellschaft konkurrierender Interessen, sei es Klasseninteressen, sei es konkurrierender wirtschaftlicher Interessen von wirtschaftlichen Gruppen, besteht dieses Interesse selbstverständlich. Ja, da ist es auch vernünftig. Und da ist es, da ist es vernünftig in dem Sinn, dass ohne die, dass die Geheimhaltung selber eines der Mittel des taktischen Vorteils einer solchen Gruppe ist. Also ein Kabinett, das irgendeine Aktion zu machen vorhat, wenn die zu früh publiziert wird, dann läuft die Sache fehl. Das ist das, was man in angelsächsischen Ländern unter dem Begriff des Timing ganz genau betreibt. Da produziert man fahrlässig Interventionen. Andererseits, aber würde ich sagen, liegt doch darin auch ein Moment der Negativität, ein negatives Moment. Und deshalb hätte ich Bedenken, diese Geheimhaltung des Öffentlichen sozusagen... Das ist eben nicht das Öffentlichen. Also jedenfalls diese Geheimhaltung einer Sphäre, die nicht die Sphäre des Privaten ist. Ich würde sagen, der Planungssphäre. Die hat doch etwas sehr gefährliches. Ja, warum? Das heißt, weil sie ja in sich selber die Tendenz hat, eben jene Beteiligung des Volkes im Sinn des Inbegriffs einfach alle einzelnen Menschen zu inhibieren. Weil in ihr eben dieses Archaische ist, dass wenn man einmal ganz unschuldig anfängt mit dem höchst vernünftigen Satz, in der Welt, in der wir leben, geht es nicht anders als so, dass man nicht zu früh seine Entscheidungen und Pläne ausplaudert. Dann liegt darin doch noch, und gerade Sie als der Mensch, der die Beziehungen zwischen Moderne und Urgeschichte verfolgt, werden mir das am ehesten zugestehen, Herr Gehlen, es liegt darin immer auch noch etwas von dem Tuscheln der Schamanen. Von dem Tuscheln der Ältesten, die also sich da zusammenstellen und es insofern besser wissen. In einer solidarischen Gesellschaft, wenn ich es einmal so nennen darf, also in einer Gesellschaft, in der es keine grundsätzlichen Antagonismen oder Interessen mehr gäbe, in der glaube ich allerdings, könnte diese Art der Geheimhaltung verschwinden und wenn man sie schon machen muss, würde ich sagen, ist auf der anderen Seite die Öffentlichkeit, die dann diese Art der Geheimhaltung auch wieder kritisiert, ein notwendiges Korrektiv. Es ist immer schwieriger, Herr Donner, wenn man an die Stelle kommt, wo Sie also Idealitäten gegen die Realitäten ausspielen, sodass die Letzteren notwendig den Kürzern ziehen. Ich würde sagen, Herr Donner, in der Welt, in der es keinen Staat mehr gibt, wenn wir die mal haben, da hat keiner mehr Geheimnisse. So weit würde ich gar nicht gehen. Ich würde sagen, in einer solidarischen Gesellschaft würde auf der anderen Seite gar nicht der Drang mehr herrschen, das Private und das Einzelmenschliche so zu veröffentlichen, was ja selber eine Ersatzbefriedigung ist, die in letzter Instanz auf Unterdrückung zurückweist. Aber ich meine nur das eine, Herr Gehlen, wenn schon in der Welt, in der wir sind, ich möchte gar nicht mit abstrakten Utopien operieren, aber wenn schon in der Welt, in der wir sind, die einzelnen Gruppen zu Nicht-Öffentlichkeit, zu Geheimnis, zu Intrige, zu allem, was damit zusammenhängt, gezwungen ist, dann liegt darin auch allerdings als Notwendigkeit des Korrektivs, dass die Öffentlichkeit eingreifen darf. Sobald was geheim gehalten wird vor der Öffentlichkeit, was die Öffentlichkeit angeht, hat dann die Öffentlichkeit auch das Recht, sich darum zu kümmern. Das ist eine Dialektik, aus der wir nicht herauskommen. Ja, aber Sie reden doch jetzt in voller Fahrt, nicht wahr, in der substativierten Öffentlichkeit, die Sie eingangs abgelehnt haben. Ich, ja, Herr Gehlen, ich tue das mit Grundscham recht. Sie haben mich eben an den Realismus gemahnt, aber da wir ja nun in dieser Welt leben, in der die Öffentlichkeit in dieser Weise vergegenständigt, Nö, ich habe Ihnen zugestanden, dass die Öffentlichkeit so verdinglicht ist. Wenn heutzutage nicht etwa eine Presse sich geheimnisvoller Machinationen irgendwelcher Gruppen bemächtigen darf und die publizieren darf, dann ist man nämlich wirklich dem Kabinettsgeheimnis aufs Neue ausgeliefert, in einer Weise, die dann dem Prinzip der Demokratie selber an den Kragen geht. Ja, da kommt man nicht drum herum. Also so undialektisch ist das auch nicht. Ich habe es doch dialektisch genug gesagt, wenn ich Ihnen zugegeben habe, dass so wie die Welt ist, ja die Welt auch immer wieder zu der Geheimniskrämerei zwingt. Ja, ja, also Geheimniskrämerei und so, ich würde einfach so sagen, ob das eine Gewerkschaftsführung ist oder ob das ein Fabrikant und Unternehmer ist, wir brauchen ja gar nicht an diese schwierige Staatsmacht heranzudenken. Der kann doch unmöglich das, was er vorhat, wenn es überhaupt fertig werden soll, vor ihr Ausplaudern. Wenn er das nämlich tut, dann züchtet er sich selbst Interventionisten und Leute, die nun ihrerseits sich seiner Interessen annehmen. Gar nicht. Das ist doch einfach verrückt. Ja, gar kein Zweifel. Ich meine, deshalb, ich glaube wirklich, also ich denke so dialektisch, dabei wissen Sie auch, Herr Geheim, würde ich denken, nur diese Notwendigkeit gebiert aus sich allerdings auch dann die Notwendigkeit von den Interessen des Demos aus, wenn ich einmal so geschwollen reden soll, dann wieder diese Partikularit, diese Partikularinteressen der Geheimhaltung in der Öffentlichkeit zu kontrollieren und etwa darauf hinzuweisen, öffentlich, wenn irgendeine Institution, um ihre partikularen Zwecke durchführen zu können, dann ihrerseits sich gegen Grundverfassungen eines demokratischen Staatswidriges vergehen. Jetzt verstehe ich Sie gut, nicht wahr? Das trifft sich mit einer Notiz, die ich mir hier gemacht habe. Es gibt vom Bundesgerichtshof 1961 folgenden Satz, Es ist der inzwischen herrschend gewordenen Meinung zuzustimmen, dass die Presse im Rahmen ihrer öffentlichen Aufgabe, ihrer öffentlichen Aufgabe, insbesondere also bei der Behandlung politischer Angelegenheiten zur Wahrung der Interessen der Öffentlichkeit befugt ist. Nun, also das haben ja keine Philosophen und Soziologen formuliert, aber Juristen und wir können es verstehen. Wir können es verstehen. Daraus folgt übrigens, dass Presse öffentliche Einrichtung ist, nicht? Das hat Folgen für die Newsmen. Aber meinen die Juristen mit dem Satz nicht ganz etwas anderes? Meinen die Juristen nicht da, dass die Grenze, an der die Presse wirksam werden darf, sozusagen die Geheimnissphäre der herrschenden Gruppen ist? Sie sagt, sie ist zur Wahrung der Interessen der Öffentlichkeit befugt. Ja, aber da... Also ich glaube, so naiv und technisch diese Formulierung ist, die Sie verlesen haben, es steckt darin schon so vagemand das Gefühl, wir leben zwar in einer Welt, in der die Partikularität der Interessen zu allen möglichen Formen von Geheimhaltung nötigt, aber auf der anderen Seite gibt es ein Gesamtinteresse, das auch wieder das Recht hat, darüber aufgeklärt zu werden und in der Welt, in der wir leben, sind die sogenannten Organe der Öffentlichkeit oder der öffentlichen Meinung die berufenen Organe, die dann glücklich oder unglücklich dieses Gesamtinteresse wahrnehmen, wobei durchaus zu sagen ist, dass dieses Wahrnehmen des Gesamtinteresses durch die Institutionen der öffentlichen Meinung oft eine sehr problematische Sache ist, denn die haben ja auch ihre partikularen Interessen und richten sich dabei wesentlich nach dem. Das würde ich durchaus sagen. Dabei sind wir aber jetzt weit über das hinausgekommen, was wir eingangs gesagt haben, da hatten wir die Presse als Medium der Öffentlichkeit mal definiert oder beschrieben, das haben wir hinter uns gelassen, nicht wahr, das hat die Welt hinter sich gelassen. Und jetzt sind wir dabei zu sagen, sie ist zur Wahrung der Interessen der Öffentlichkeit befugt, damit bekommt sie selber den Charakter einer öffentlichen Einrichtung. Interessanterweise einer solchen mit also sehr weitgehend in Anspruch genommener Nichtverantwortlichkeit, oder ist es nicht so? Ja, nun ist die Unverantwortlichkeit, die darin gelegen ist, die hat ja nun auch ihr Äquivalent, ich meine, in der Welt, in der wir leben, geht es ja nach Äquivalenten zu, die hat ihr Äquivalent darin, dass ja der tatsächliche Machtbereich und die tatsächliche Vollzugsfähigkeit der Organe der öffentlichen Meinung sehr beschränkt ist. Also, ich meine, und das ist nun ein sehr deutsches Phänomen, würde ich sagen, unter Umständen kann die öffentliche Meinung in ihren offiziellen, in ihren Organen, die hier also sozusagen legalisiert sind, die vernichtendsten Dinge über eine Person oder eine Institution schreiben, ohne dass das im Ernst dann für diese Institution ihre Folgen hätte. Und man stößt ja immer wieder darauf, dass bei uns, im Gegensatz zu Ländern mit alter demokratischer Tradition, die öffentliche Meinung ja einen Moment der Konsequenzlosigkeit hat. Schon, Herr Ardorne, das ist richtig. Mangel an legaler Verantwortung auf der einen Seite und Mangel an Konsequenz fürs politisch- gesellschaftliche Liegen entsprechen in der Tat. Aber, da möchte ich gleich sagen, es gibt Anzeichen, und ich würde sagen, sehr erfreuliche Anzeichen, dass sich das in Deutschland doch etwas zu ändern beginnt. Ja, nun liegt dann natürlich, wenn wir so weit gehen, wir lassen jetzt also ganz dieses vorhin konstatierte Fiktionsgehalt beiseite, wie ich merke, wenn wir jetzt so weit gehen, zu sagen, zur Wahrung der Interessen der Öffentlichkeit, bei Fugt, Herr Ardorne hat schon gesagt, es kommt dabei vor, dass sie ihre eigenen Interessen nicht für die der Öffentlichkeit erklärt. Schön, diese öffentliche Einrichtung von sehr großer Macht unterliegt ja nun auch dem Gesetz des Selbstausbausen, des Ansichtziehens der Kompetenzen. Und schließlich haben wir dann eine sozusagen neben der Verfassung stehende, sagen wir einmal, verfassungsparallele Gewalt. Und auf so etwas... So arg ist es nicht, würde ich sagen, Herr Gehring, weil ja die tatsächliche Exekutivgewalt... Sie kann sich ja immer auf die Demokratie berufen, wie Sie sagen. Man kann, sie kann sich im Grunde nur darauf berufen, dass sie sagen kann, was sie will. Die Konsequenzen, und zwar gerade bei uns, sind also doch, würde ich sagen, äußerst bescheiden. Und deshalb hätte ich Bedenken, von der Verantwortungslosigkeit allzu sehr zu reden, weil ja immer eine Proportion herrschen muss zwischen der Verantwortung und dem tatsächlichen Entscheidungsbereich. Da aber die sogenannte öffentliche Meinung ja nicht entscheidungsfähig ist, nicht Weisungen geben kann, so scheint es mir zunächst auch gar nicht so abwürdig zu sein. Und da wäre da nun für das öffentliche Reich der Platz. Ich würde allerdings sagen, es gibt hier eine Grenze des öffentlichen Rechts, also wenn die sogenannten Organe der öffentlichen Meinung verleumden oder Gräuel begehen, dann muss das das Recht dafür sorgen, dass sie das nicht können. Aber ich würde doch von einer mindestens, sagen wir mal, privilegierten Stellung der Presse in unserer Gegenwart drehen, von einer privilegierten, denken Sie mal an folgenden Punkt, nicht wahr? Da haben wir also zum Beispiel die Geheimnissicherung, nicht? Nach neueren Vorstellungen darf es beugehaft oder soll es nur geben in ganz besonders beschränkten Fällen. Der Journalist darf wie der Arzt oder wie der Geistliche ein Schweigerecht geltend machen. Gegenüber seinem Informanten. In Bezug auf seinen Informanten, nicht wahr? Nun ist, glaube ich, doch, ist ein solches weitgehendes Recht, wie man es also Ärzten und Geistlichen eingeräumt hat, ist der doch aus dem Wesen einer öffentlichen Einrichtung heraus durchaus legitim und begreifbar, dass die Presse eine ist, haben wir auch festgestellt, aber dann müsste es doch auch eine gewisse Kontrolle des Berufszugangs geben. Wir lassen ja nicht jeden Geistlichen oder Arzt werden und sich dann auf dieses Recht berufen. Aber eine solche Kontrolle des Berufszugangs, die mutet man nicht zu, in Folgessen sind das Privilegien. Ja, ich weiß nicht, ob man also ohne eine Ausbildungszeit oder ohne etwas derartiges Journalist werden kann, ich glaube doch wohl nicht. Aber ich bin da überfragt. das kann man natürlich absolut. Sie können mit einer gewissen abgeschlossenen Sachkenntnis, ob das nun ein Studium ist oder wie immer, Sie brauchen kein Diplom, um eines Tages als Journalist anzufangen. Das unzweifelhaft ist so. Der Zugang ist da, aber ist das ein Privileg? Sicher, sicher. Das wäre ein Privileg wie das, was ich sagen kann oder drucken kann, was ich will, unter Berufung auf das Recht der Artikel der Presse. Ich würde eher sagen, das ist noch ein Rudiment einer älteren, völlig individualistischen Phase des Liberalismus und ich muss gestehen, ich wäre froh, wenn in einem ähnlichen Sinn auch in anderen Berufen der Zwang zur Legitimation durch Examina und Prüfungen und solche Dinge gelockert wird. Auch noch gelockert. Ich würde eher dazu tendieren, zu sagen, es wäre gut, wenn andere Berufe darin ein ähnliches Maß an Freiheit wieder hätten, als dass ich nun hier eine bestimmte Art der Reglementierung befürchten würde. Der Grund für diese Freiheit ist übrigens wahrscheinlich der, dass gerade heute, und das ist eine Erfahrung, die Sie möglicherweise als Hochschullehrer ganz ähnlich machen wie ich, die Fähigkeit von ausdrucksfähigen Menschen, also von Menschen, die schreiben können und dadurch als Organe der öffentlichen Meinung überhaupt fungieren können, so klein ist und so schrumpft, dass wenn man die noch mehr einschränkt, wenn sich da mal eine findet, der also wirklich ein bisschen schreiben kann, dass man dann überhaupt keine übertreibt. Ich glaube, das hat ganz einste Grund. Außerdem würde ich also noch zwei Einwände machen. Erstens, der Zugang zur Politik ist also auch nicht nur durch die Pforte von Diplomen möglich. Und das wäre da also auch ein Problem. Naja, nein, also es ist in der Verfassung steht ja nicht, an der politischen Willensbildung sind die Parteien verfassungsmäßig beteiligt, von der Presse steht eine stritten. Das macht die selber. Gut, und andererseits würde ich aber sagen, gerade die Tatsache des freien Zugangs zur Presse eröffnet allen, die an der, ich sage mal, Meinungsbildung oder Willensbildung teilnehmen, die Möglichkeit, sich zu äußern. Also beispielsweise Sie, Herr Gehl, Sie, Herr Adorno. Übrigens, genau, ja. Wir haben einen freien Zugang zu diesen Mitteln. Übrigens, für unsere Hörer, nicht wahr, wenn wir jetzt immer Presse gesagt haben, wir meinen eben immer alle Medien. Alle Medien. Das ist so ein städtragischer Ausdruck. Ja, und ein wahrscheinlich in gewissem Sinn bereits überholter Ausdruck, weil ja also gerade für die Information der größten Teile der Bevölkerung wahrscheinlich heute bereits Rundfunk und Fernsehen wichtiger geworden sind. Ja, ich habe noch eine... Wir sind da ein bisschen altmodisch, wenn wir es umgehen. Ja, sicher. Ich habe noch eine, geradezu eine Frage, Herr Adorno. Können Sie mit folgendem was anfangen? Ich würde sagen, es gibt einen... In der Öffentlichkeit für die daran Beteiligten, für diejenigen, die im Brennpunkt der Öffentlichkeit stehen, gibt es eine Art Realisierungseffekt. Ich würde sagen, das ist so etwas wie eine Daseinserhöhung. Angesehen werden und Ansehen haben ist ja nicht umsonst sprachlich verwandt. Ich kann mich da berufen auf Hannah Arendt, die sagte, die Gegenwart anderer, die sehen, was wir sehen und hören, was wir hören, versichert uns der Realität der Welt und unser Selbst. Verglichen mit der Realität, die sich im Gesehen und Gehörtwerden konstituiert, führen selbst die stärksten Kräfte unseres Innenlebens ein ungemein schattenhaftes Dasein. Das wäre die Behauptung, dass, sobald man in den Raum der Öffentlichkeit eintritt, so etwas wie eine Potenzierung der Lebenswirklichkeit eintritt. Ich finde das nämlich durchaus diskutabel. Das ist ein, ich glaube, das ist ein sehr schweres Problem. Sicher gibt es also dieses Moment und ich glaube, es wäre, man verfügte nicht über das notwendige Minimum an Selbstbesinnung, wenn man sich das nicht zugeständigt, dass man also, wenn man an der Öffentlichkeit partizipiert, dass man irgendwie, ich meine, lassen Sie es uns so aussprechen, sich daran auch berauscht. Und dass man also, wie die Psychologen sagen würden, eine Art auch objektive ausdrücken, eine Art narzisstischen Lustgewinn. Ich würde denken, es ist etwas sehr Subjektives. Denn, und ich glaube, da kommt man nun auf etwas sehr Ernstes. Auf der anderen Seite ist ja, das hat Ortega Igaset zum ersten Mal ausgesprochen, das öffentliche Ansehen, das, wie Sie ganz richtig sagen, mit diesem Begriff Öffentlichkeit tief verbunden ist, hat ja heute selber ein Moment des Scheiners. Es ist also, ich meine, eine öffentliche Figur zu sein, das Wort Figur ist schon sehr interessant, Public Figur, sagt man in den annalsächsischen Ländern, hat immer selber schon beinahe so etwas von dem Schauspieler der öffentlichen Rolle, die man dabei übernimmt. Und ich würde beinahe sagen, es herrscht eine Art verhängnisvoller Proportion, Beziehung, auf der einen Seite zwischen diesem Moment, sich, wie ich sagen würde, besoffen zu machen oder wie Sie sagen würden, ein Ansehen zu gewinnen, durch die Beziehung auf die Öffentlichkeit und auf der anderen Seite dem, dass heute in der Öffentlichkeit Geltung haben, gerade deshalb, weil die Mechanismen, die einen zu einem sogenannten Prominenten machen, selber in so weitem Maß gesteuert und so problematisch sind, hat das, dieses Moment des öffentlichen Ansehens selber heute ein Moment also, ja, des Unwahrhaftigen, des Scheinhaften, das es also in dem 19. Jahrhundert so nicht gegeben hat, obwohl schon Flaubert einmal irgendwo geschrieben hat, dass er gleichzeitig den Ruhm verachte und sein ganzes Leben nur daran wende und sterblich zu werden. Was diesen Widerspruch, diesen unaufhebbaren Widerspruch, sehr exakt aus. Ich verstehe Sie nicht nur, sondern ich habe mir das auch notiert. Ich habe nämlich hier das Stichwort Denaturierungseffekt. Nicht da? Also, ich glaube, es gibt Folgendes. Es gibt eine solche, einen solchen Realisierungseffekt, wie Ihnen Hannah Arendt da meint. Man sieht es ja ganz deutlich, etwa bei Kindern, nicht da? Im Verhalten von Kindern untereinander, nicht? Es gibt da doch einen Gewinn, einen Zuwachs an Daseinsdichte. Wenn man in der Öffentlichkeit sich unmittelbar, wenn man im Zentrum dieser Aufmerksamkeit steht, das würde ich übrigens biologisch tiefer, nicht nur subjektiv verstehen. Ich glaube, dass man es sogar bei Menschen biologisch ableiten könnte. Es gibt nun zweitens aber auch den Vernichtungseffekt. Wer aus diesem Raum rausgedrängt wird, das sehen Sie heute ganz gut, der kommt sich vor wie tot, in aller Regel. Und dann gibt es das, was Sie zuletzt mit Schauspielerei beschrieben. Ich würde sagen, man nimmt die Tatsache, dass die anderen zusehen in das eigene Auftreten hinein. Mir kommen also sehr viele Leute heute, die sehr berühmt sind, vor wie Schauspieler auf einer Leinenbühne. Ja, genau. So ganz gut können Sie es nicht. aber dieses gebrochene Verhältnis zum Publikum ist schon drin. Und das stimmt also beispielsweise für das Fernsehen also akkurat. Ja, ja, ja. Ein Politiker, der auf dem Fernsehschirm versagt, in seiner Rolle versagt, der ist für die Politik ja effektiv unbrauchbar. Eben, das ist der Vernichtungseffekt. Ja, ja. Also ich würde sagen, gerade wenn man selber wie unser einer relativ viel in der Öffentlichkeit steht, ist es zumindest heilsam, wenn man dabei die äußersten Vorbehalte zwischen der öffentlichen Geltung und der Qualität dessen, was man macht, geltend macht. Genau. Es ist wirklich eine äußerst gefährliche Sache. Es ist eine ganz gefährliche Sache. in die man da hereingerät und da der Narzissmus, die Eitelkeit in jedem Menschen ohne Ausnahme und sicherlich heute eine also geradezu überwertige Gewalt hat, von der kein Mensch sich freiglauben darf, wenn er nicht ganz naiv und illusionär sein soll, glaube ich, ist es gut, wenn man es also schon mit der Sache blutig ernst nimmt, wenn man dabei also jenen Rausch, der auch ein etwas Produktives hat, das würde ich Ihnen durchaus zugeben, ganz ohne den Rausch, also ist überhaupt Produktivität, ohne diesen Rausch der Öffentlichkeit ist Produktivität großen Stils wahrscheinlich nicht zu denken, aber genauso gehört auch dazu wirklich das Bewusstsein ja also der Eitelkeit im doppelten Sinn all dieser Dinge. Ja, das ist mir doch noch zu psychologisch, Herr Adorno. Kann man nicht die Frage stellen, ob durch diese Effekte, über die wir hier sprechen, nicht ganz bestimmte Realitäten unvollziehbar werden. Mir fällt jetzt nur das Beispiel ein, nicht wahr, dass der Papst neulich in Palästina war und da stand in der Zeitung auf einer Pilgerfahrt und da stand in der Zeitung 1200 Newsmen aus 34 Staaten nicht wahr, waren mit dabei. Nicht wahr? Nun, das sind diese kritischen Dinge, wo man sich überlegt, nicht wahr, ist dann die was geschieht denn dann? Und so ist es aber auch im Politischen. Auch im Politischen. Da kann sicher, sehen Sie mal, gewisse Dinge, die wir noch Revolution oder so nennen, die sind wahrscheinlich was ganz anderes im Grunde. Die sind heute in weitem Verwaltungsakte nur im Szenarium, die dann nur so inszeniert werden. Ja, nach der Inszenierung glauben wir alle, dass da etwas passiert, was wir irgendwie beurteilen können oder gar noch billigen, aber in Wirklichkeit kann das gar nicht mehr passieren. Ja, ich glaube, Sie haben hier einen sehr neuralgischen Punkt des ganzen Problems bezeichnet. Die Dinge, die wir zuletzt gesagt haben, laufen ja alle heraus auf Kritik der Öffentlichkeit, wenn man sie unter eine allgemeinere Formulierung Ja, ich bin Ungarn-Kritiker. Ja, aber Sie können dem genauso wenig entgegen, wie ich. Das sind alles also Kategorien der Kritik der Öffentlichkeit, in denen wir also das Moment des Scheinhaften, des Illusorischen an der Öffentlichkeit bezeichnet haben. Ich meine aber nun doch, wenn man nicht wirklich, anstatt über diese fragwürdige Sphäre hinauszukommen, hinter sie zurückfallen will, dass man sich hüten muss, der Öffentlichkeit selber mit all ihrem Schlechten und Scheinhaften und Illusorischen das zuzuschreiben, was schließlich doch bloß an der Funktion liegt, die sie in der gegenwärtigen Welt hat, die den Menschen ununterbrochen aufreden will, dass das ihre Angelegenheit sei, Tuaris Agitur, während in Wirklichkeit die Menschen dabei eigentlich nur mitgeschleift werden. Und ich würde nun sagen, das, was mir das tiefste an dem ganzen Problem der Öffentlichkeit zu sein scheint, ist das, dass die Öffentlichkeit zwar eben als eine im Grunde in der Welt, in der wir leben, nicht verwirklichte alle die Fehler hat, die wir ihr nachsagen, dass man aber diese Fehler ihr nicht deshalb anrechnen darf, weil sie nicht verwirklicht ist, sondern dass man suchen sollte, sie zu verwirklichen. Und da ist nun das Eigentümliche, dass die Öffentlichkeit mit der Politik gemeinsam hat. Und eigentlich ist die Sphäre der Öffentlichkeit eine politische Sphäre. Dass sie nämlich zwar etwas Ideologisches hat, etwas Scheinhaftes, den Menschen also etwas einredet, eine unmittelbare Beteiligung an den Ereignissen und eine Macht über die Ereignisse, die sie gar nicht haben. Dass aber die Öffentlichkeit zugleich, wie die Politik, in sich wenigstens das Potenzial enthält, die Wirklichkeit so zu verändern, dass genau dieser Schein abgeschafft würde. Also die Öffentlichkeit würde ich sagen, ist zwar eine Ideologie, aber zugleich die Ideologie, die die Möglichkeit in sich hat, das ideologische Wesen zu durchbrechen. Ja, das wird mir sehr schwer zuzugeben. Ich habe mir nämlich an unser Anfang zurückdenken und mit dem Aufbau von Fiktion wiederkommen. Ich meine, dass also Fiktion auch noch die Kraft haben soll, reale Verhältnisse zu durchstoßen, das ist ja nur viel verlangt. Aber ich kann da doch also vielleicht an ein Beispiel erinnern aus der letzten Zeit, nämlich an die Spiegel-Affäre. Ich möchte dabei auf das Meritorische, Politische gar nicht eingehen. Wissen Sie denn genau, was da passiert ist? Sicher, genauso wenig, wie es sonst irgendjemand unter den Formen der Scheinöffentlichkeit weiß. Aber ich möchte dabei auch eigentlich viel mehr heraus auf eine Beobachtung über diese Dialektik, die in der Öffentlichkeit liegt, als dass ich auf den Inhalt der ganzen Angelegenheit eingehen möchte, über den mir eben wirklich nicht mehr bekannt ist, als halt so in den Zeitungen gestanden hat und in Unfunk und Fernsehen zu hören war. Es ist also doch dabei so, dass eine ganze Reihe von Instanzen der sogenannten öffentlichen Meinung durch diesen Fall des Spiegels dazu gekommen sind, einfach aufgrund ihrer eigenen unmittelbaren Interessen, nämlich der Behauptung ihrer Meinungsfreiheit, von der ihre Prestige, ihre Aktionsfähigkeit, in letzter Instanz auch ihr materielles Schicksal abhängt, Kritik an bestimmten Verhältnissen innerhalb unseres Staatswesens zu üben, die dann weit hinausgegangen ist über das, was sie ihrer allgemeinen politischen Position nach ohne weiteres an Kritik diesem Staatswesen gegenüber geübt hätten. Und es ist dadurch zwar ganz gewiss nicht eine Volksbewegung der öffentlichen Meinung entstanden, aber es ist dadurch doch ja so etwas, man kann das nur vagausdrücken, so etwas wie ein dämmerndes demokratisches Bewusstsein, jedenfalls aufgeleuchtet, plötzlich ins Spiel gekommen, dass es in dieser Weise vorher in unserer Republik nicht gegeben hat. Was ich also sagen will, ist, dass indem die öffentliche Meinung ihre Partikulare Interessen so verfolgt, wie es in diesem Fall war, dadurch doch etwas von jenem über das Partikularinteresse hinausreichenden, wirklich aufklärerischen, die Menschen einbegreifenden, frei wird, was eigentlich in der Idee von Öffentlichkeit liegt. Und das scheint mir eben mit dieser Dialektik zusammenzuhängen, die genau die der Politik ist, dass hier eine Sphäre der Ideologie herrscht, die aber zugleich das merkwürdige Potenzial hat, dass sie über Ideologie hinausreicht und dass sie, um ein berühmtes Wort zu variieren, zu einer realen Gewalt führt, wenn sie die Menschen ergreift. In der Rolle so des nüchternen Realisten, die mir hier zufällt, finde ich das, Herr Adonner, eine wirklich liebenswürdige Interpretation der Spiegelangelegenheit. Wenn ich nun meine sehr viel nüchternere danebensetzen soll, würde ich sagen, ich und manche andere Kollegen, Soziologen sind, haben dabei unsere Meinung korrigieren können, sofern sich herausstellt, dass die Presse sehr viel mehr Macht hat, als wir vorher glaubten. Ich glaube, es wäre keiner anderen Instanz möglich gewesen, diese Minister zu stürzen, aber die hat es fertiggebracht. Demnach ist das also ein Beweis der Kraft. Ob das nun nicht ein Pyrus-Sieg war, Herr Adorno, und ob nicht sehr viel mehr stille Selbstkritik in den Kreisen der Redaktion selber seither geübt worden ist, das weiß ich nun nicht, weil es kann ja vielleicht auch sein. Ja, aber diese Macht ist ja nicht eine Macht an sich, sondern sie wird Macht erst durch die Tatsache, dass die Leser dieser Massenmedien das akzeptieren, was die Massenmedien ihnen anbieten. Das ist ja an sich nicht von vornherein selbstverständlich. Ja, ja, nun, also, ob das nun wirklich so etwas wie eine Volksbewegung war, das ist eben sehr schwer zu sagen, das wissen wir nicht. Ich kenne keine Erhebung über die Prozentsätze der Leute, die wirklich an der Sache Interesse genommen haben. Wir haben am Institut für die Starforschung eine gemacht und die werden demnächst veröffentlicht. Ich rede ungern über die Strate empirischer Untersuchungen. Ja, ja, das ist sozusagen der Geheimnis vorbei. Ehe sie hieb und stichfest sind, aber ich glaube, so viel darf ich sagen, dass also die Anteilnahme der Gesamtbevölkerung an der Sache und auch der Informationsgrad erstaunlich hoch ist. War groß. Viel größer, viel größer, als wir im Allgemeinen angekommen sind. Vielen Dank.